So, in diesem Video solltet ihr die komplette Übersicht über alle Ableitungsregeln haben. Die Sonderheiten wie für e hoch x, für ln von x, für Sinus von x, etc. findet ihr alle in separaten Videos. Zu jeder Ableitungsregel schaut euch ein entsprechendes Video an. Ich habe für diese allgemeine Schreibweise jeweils auch immer versucht, ein konkretes Beispiel zu machen, aber eben noch nicht mit den Sonderheiten, sondern mit den Funktionsartentypen, die ihr von Anfang an erlernt habt. Also möglichst irgendetwas mit x hoch irgendetwas. Also vorne angefangen. Ihr habt die Ableitungsregel von Potenzen x hoch n. Eine Potenz besteht ja aus einer Basishochexponent, ist die Hochzahl nach vorne multiplizieren, das x bleibt oben, von dieser Hochzahl nehme ich einen weg. x hoch 3 ist abgeleitet, Hochzahl nach vorne, mal x bleibt, oben einer weg. Alle Sonderheiten dazu in entsprechenden Videos mit der kompletten Übersicht einzeln dazu. Steht vorne noch eine Zahl davor, ein konstanter Faktor, kommt noch die Faktorregel zum Ableiten mit dazu, nämlich wenn da vorne eine Zahl multipliziert steht, bleibt die beim Ableiten erhalten. Also Hochzahl, das soll ein n sein, nach vorne multiplizieren, die Zahl bleibt, x bleibt oben, von der Hochzahl wird einer abgezogen. 2 mal x hoch 10, 10 nach vorne multipliziert, 2 bleibt, mal x hoch, oben kommt einer weg, 9. Wenn ihr so einen Ausdruck habt, wird ihr dann jetzt zum Beispiel u von x genannt. Addiere ich dazu etwas anderes, auch wieder so einen Ausdruck v von x. Ich könnte hier auch g von x und h von x sagen. Dann wäre das die Summenregel. Es ist auch egal, wenn hier ein Minus stehen würde. Dann leite ich beide Teile einzeln ab. Und ich leite sie so ab, nach welcher Regel auch immer ich dann dafür entsprechend benutzen muss. Wenn da zum Beispiel dieser Ausdruck hier steht, x hoch 3, habe ich jetzt als ersten Teil gewählt. u von x plus ein weiterer Teil, in meinem Fall jetzt minus 4x. Dann beides separat ableiten. x hoch 3 ist abgeleitet 3x hoch 2, minus 4x ist abgeleitet minus 4. Wer sich an dieser Stelle fragt, warum ist minus 4 mal x abgeleitet minus 4, hier nochmal Übersicht ableiten von ganz rationalen Funktionen anschauen. Habe ich beide Teile als Produkt, also irgendetwas mal irgendetwas, dann brauche ich die Produktregel zum Ableiten u' mal v plus u mal v'. Zum Beispiel irgendein Teil multipliziert mit einem anderen, wo wir eben nicht haben, wie hier eine Zahl mal irgendetwas mit x hoch, sondern separat jeweils irgendetwas mit x. Klar, sagt ihr, könntet ihr diese beiden hier jetzt zusammenfassen. Mir geht es aber gerade darum, wenn ihr später diese Produktregel braucht, das wird spätestens bei Exponentialfunktionen der Fall sein, dann u-Teil rausschreiben, v-Teil rausschreiben, nach der Regel u' mal v plus u übernommen mal v'. Das gleiche gilt, wenn wir ein Quotienten haben, also irgendetwas geteilt durch irgendetwas, dann haben wir u' mal v minus u mal v'. Ganz wichtig, diese Reihenfolge hier kann nicht geändert werden, durch v². Als Beispiel, irgendetwas mit x geteilt durch irgendetwas mit x, u' mal v übernommen minus u übernommen mal v'. Geteilt durch v in Klammern hoch 2. Die Regel, wo sich die meisten relativ gegensträuben, da auch schwierig tun, schaut da auch nochmal entsprechend in dem Video nach, die Kettenregel zum Ableiten mit entsprechenden Beispielen. u von v von x gelesen, wäre abgeleitet u', das wäre die äußere Funktion, die man erkennen muss. v von x ist die innere Funktion, die erhalten bleibt. Es wird noch multipliziert mit der Ableitung von dem sogenannten inneren Teil. Als Beispiel hier, 3 mal, innen drin steht x² minus 4 hoch 10. Wir haben einen äußeren Teil, 3 mal irgendetwas hoch 10, den wir zuerst ableiten. 10 wird nach vorne multipliziert, mal 3 bleibt erhalten. Innen bleibt stehen, hoch oben kommt einer weg. Es wird multipliziert mit der Ableitung von dem, was innen steht. Gerade für die Kettenregel, da nochmal entsprechend nachschauen, weil sich da wirklich viele schwierig tun oder Probleme haben. Schaut da entsprechend nochmal nach. Ansonsten die Komplettübersicht für alle wichtigen Ableitungsregeln, die ihr braucht, um von vornherein erstmal zu erkennen, welche muss ich davon anwenden. Oftmals ist es eigentlich ein Zusammenspiel von mehreren. Entsprechend zu den Sonderheiten, je nachdem, was ihr macht, ob ihr GK seid oder LK. Schaut da entsprechend nach, wenn ihr zum Beispiel gerade bei E verschiedene Versionen habt. Ich habe eigentlich genug Videos hochgeladen, wenn ihr da eine Übersicht nochmal separat braucht. Hier, wie gesagt, sollte es nur um die Übersicht für die Ableitungsregeln an sich gehen. Hier, wie gesagt, sollte es nur um die Übersicht für die Ableitungsregeln anwenden.